Heute machen wir mal wieder ein ganzes Case silberne Sturmwinde auf. Wir haben noch nicht das krasseste Luge gezogen. Wir gehen rein und gucken mal, was wir alles draus ziehen werden. So Leute, hier ist das gute Stück. Wir machen das Ganze jetzt erstmal hier auf. Ihr seht es, Leute. Überall Displays hier drin. Überall Displays. Zwei, vier, sechs Stück haben wir. Okay, wir haben das erste Display, Leute. Wir riechen erstmal dran und... Boah, ich liebe es. Ich liebe es einfach. Es geht los, Leute. Die ersten Packs zeige ich euch. Beziehungsweise das erste Display. Danach zeige ich euch wahrscheinlich nur die besten Pults. Und wir fangen schon mal ganz entspannt an. Okay, Leute. Ich habe mal die Kamera ein bisschen anders gemacht. Ich hoffe, dass es okay ist für euch. Finde ich eigentlich ganz cool, die Kameraperspektive. So sieht man ein bisschen besser was. So, wir haben hier Pikachu, Bonita, Blutzug, Pandir, Araqua, Omot und ein Terrakium im allerersten Pack, meine lieben Freunde. Wir warten halt noch immer aufs Schlug. Und ja, ihr wisst ja, wie es ist. Das Lugia ist noch nicht da. Beziehungsweise das alternative Artwork von Lugia ist noch nicht da, Leute. Ansonsten haben wir hier ein Watti gezogen. Sonst haben wir wirklich alle Lugias außer das goldene Lugia. Das haben wir tatsächlich noch nicht gezogen gehabt. Aber im heutigen Video ist auf jeden Fall die Chance da, vielleicht ein richtig cooles Lugia zu ziehen. Aber bis jetzt, die ersten drei Packs waren jetzt nicht so. Ja, wir warten einfach mal ab. Vielleicht haben wir hier noch Glück heute. Aber ich denke schon, Leute. Bei ganzen Sex-Displays müssen wir schon die ein oder anderen krassen Hits haben. So, das gute Lil Minit. Mittlerweile kenne ich hier die auswendig hier tatsächlich. Die ganzen Namen, Leute. Ich habe das Pack, glaube ich, schon so oft aufgemacht, wenn ich stumm bin. Ich weiß gar nicht, wie viel ich davon schon aufgemacht habe. Ich kann euch gar nicht sagen, wie viel. Also, auf jeden Fall sehr, sehr viel. Wir hatten ja noch ein Case im Livestream tatsächlich. Das haben wir ja auch aufgemacht. Und da haben wir leider ja auch nicht den krassesten Hit gemacht. Wobei, wir haben Rayquaza gezogen. Rayquaza war gut. Rayquaza war gut, Digga. Das war nicht so schlecht, Leute, tatsächlich. Da haben wir eigentlich einen ganz guten Hit gemacht. Aber ich will halt das Lugia. Ihr wisst Bescheid, weil es auch mein Lieblings-Pokémon ist. Und wir kriegen eine Kimono-Trägerin. Ai, 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 caramba. Eine wunderschöne Karte. Kamera, bitte fokussieren hier. Eine Kimono-Trägerin. Okay, die ist ja mal mega cool. Unser erster kleiner Hit hier. So, wir machen weiter mit Haspiror, Traumato, Drassla, Quartamac und ein Hufer. Uhafnion. Uhafnion. Oh, Emolga, Fermicula, Drassla, Datiri, Tampion und ein Wald-Siegelstein. Auch schon sehr, sehr oft gehabt. Weiter geht's. Pikachu. Und wir kriegen hier aus diesem Pack nichts. Übrigens, Leute, ich hab gestern eine richtig krasse Box bestellt. Ich will noch nicht zu viel verraten. Aber da muss ich auf jeden Fall nicht so viel zahlen wie beim Case jetzt. Weil das ist ja nur eine einzige Collection. Und wir kriegen eine Alona-Wullpix. Du kleiner Wullpix. Du kleiner Wullpix. Dich haben wir auch schon sehr oft gezogen. Und die Premium-Kollektion. Ich sag nur Premium-Kollektion. Und das ist unglaublich schön. Ich glaube, das ist meiner Meinung nach, das, was ich gestern gekauft habe und das wir natürlich hier unboxen werden, ist, glaube ich, das schönste Ding, was ich jemals gesehen habe. Also, schöner als die Glurak Premium-Kollektion. Schöner als alle anderen Collections, die ich bis jetzt in meinem Leben gesehen habe. Das, was da drin ist, ist unglaublich. Aber ihr werdet es sehen, weil das Teil schlägt alles, was ich bis jetzt auf diesem Kanal gezeigt habe. Ich sag so, es hat um die 300 Euro gekostet. Okay, vielleicht wissen die ein oder anderen, was für eine Kollektion das Ganze ist. Für die Pokémon-Kenner unter euch, für die geisteskranken Experten, die wissen vielleicht, was für eine Kollektion das sein könnte. So, ich höre gerade, meine Freundin schaut gerade WM, währenddessen ich die Paxi aufmache. Was geht denn gerade ab? Gerade spielt Portugal-Ghana. Ich weiß gerade gar nicht, was da abgeht. Ich höre da nur den Kommentator rumschreien. Auf einmal war es 3-1, glaube ich dann 3-2. Also, richtig heftig, was da gerade abgeht bei dem Spiel. War anscheinend ein heftiges Spiel, so wie ich das angehört habe. War auf jeden Fall ein 3-2. Xiao, Flunschnick, Fahrbügel, Flamiau, Ponita und Amaldo. Das gute Flauschling ist am Start. Palim, palim, strahlendes Chirachi. Jawohl. Das nehmen wir immer mit. Ich kann nicht genug kriegen von diesen strahlenden Chirachis. Ich habe mittlerweile schon so viele davon. Aber die strahlenden Karten bei dem Set sind sehr, sehr wild tatsächlich. Sehr, sehr wild. Wir machen weiter mit Flunschnick, Schneppgräder, Tiri, Castador, Altaria und ein super schönes Arctos, meine Damen und Herren. Das sieht ja mal mega nice aus hier, dieses Arctos. Das Tiri, Lilminip, Weberak, Tunnel, Siegfried und ein Fiaro. Ich habe auch das neue Pokémon-Spiel Karmessin angetestet. Ich habe jetzt schon zwei Arena-Orden. Ich finde das Pokémon echt nicht schlecht, Leute. Also ich muss sagen, ich hätte mir gerne noch mehr Pokémon gewünscht. Weil das Spiel kann man schon relativ schnell durchspielen mit Regidrago V am Start hier. Kamera, da ist der Regidrago V. Man spielt das Spiel relativ schnell durch, aber es macht halt wirklich unheimlich viel Spaß. Ich finde diese Terra-Kristall-Erwandlungen von den Pokémons irgendwie ein bisschen komisch. Ich habe das noch immer nicht so ganz gecheckt tatsächlich. Ich denke dann auch, dass die irgendwann mal hier auch so etwas vielleicht als Karten rausbringen in der Kristallform oder so. Aber die Pokémon-Spiele waren auf jeden Fall gut. Ich hatte wie gesagt das Karmessin, nicht das Purpur. Da gibt es ja in beiden auch verschiedene Pokémon teilweise. Strahlendes Frühjahr. 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 Also war ein gutes. Das letzte habe ich zum Beispiel gar nicht gespielt, aber das hat mich schon so ein bisschen gecatcht. Ich habe mir ein paar Videos angeguckt. Hast Streams und so. Und die meisten Leute haben es sehr gefeiert. Und wir haben hier wieder ein Regileki-Wi. Mein Lieblings-Pokémon, Leute. Ihr kennt doch Regileki. Ihr kennt ihn doch. Wie oft haben wir ihn schon gezogen? Richtig. 53 Mal mindestens. Servul. Und ein Lugia-Wi-Star. Davon haben wir auch schon zu viele. Aber immerhin. Ich bin zufrieden. Es ist okay. Es ist okay. Ein Lugia-Wi-Star nimmt man natürlich mit. Oh, ich dachte, das wäre das Lugia-Wi-Star in Gold. Mann, 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 Mann. Das wäre natürlich noch krasser gewesen, Leute. Lugia-Wi-Star in Gold. Also das sind jetzt bis jetzt so die zwei Hits, die wir haben. Ohoho. Hoho. Wie. Da ist er doch. Das wunderschöne Hoho, Leute. Hier ist es, Freunde. Wow. Crazy Artwork. Hoho. Wie. Wie Lugia-König. Wie. Und tatsächlich, wenn ich mich nicht täusche, wenn ich mich nicht täusche, Leute, das Artwork hatten wir, glaube ich, noch nicht. Wow. Baby, Baby. Die ist ja mal wunderschön. Kranke Karte, wie die aussieht. Das erste Display ist fertig. Und das waren unsere Hits bis jetzt. Logok, Hoho, Lugia und einmal die gute, gute Kimono-Trägerin. Das war das erste Display. Ist schon okay. Lugia, die Karten, super. Hier ist was, Leute. Lel-Bene. Tugge de Maru. Ist das eine Lugia-Vista? Es ist Mac. Mac, der Dräner. Mac. Sieht fresh aus, Digga. Hast richtig freshe Haare. Cooler als ich, mein Freund. Nice. Mac, die Mac. Mac ist am Start. Ein Amoroso-Vie. Hier war noch ein Amoroso-Vie dabei. Nice, Leute. Und wir kriegen schon wieder eine Regeleki. Wir haben jedes Regeleki jetzt, glaube ich, aus dem Set. Aber ich muss sagen, ist das jetzt die schönste Regeleki-Karte, die wir gezogen haben. Gebt euch mal die Karte. Unglaublich schön. Regeleki wie... Das ist jetzt die schönste, die wir gezogen haben von Regeleki. Da ist der Requaza Vemax. Der zweite. Da ist er, Leute, in voller Pracht, der zweite Requaza Vemax, den wir gezogen haben. Den nehmen wir mit. Da sagt man nicht nein. Wunderschöne Karte. Meine Gott, meine Gott. In Cognito V. Schöne Karte. Wow. Dieses lila-blau. Superschön. Supergeil. Nehmen wir den mit. Oh, 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 da ist was und Rick Quarza VMAX. Wieder in der Gold-Variante hier. Meiner Meinung nach eine wunderschöne Karte. Zweimal Rick Quarza VMAX aus dem Set. Okay, äh, ja, komisch. Aber, äh, geil. Sage ich nicht nein, Leute. Die zwei Karten, die nehmen wir mit. Das waren die Karten aus dem zweiten Display, Leute. Einmal die da. Und dann kommen wir zu den Hits auf jeden Fall. Dann haben wir hier einmal die da, die wir gezogen haben. Wir gehen weiter mit dem nächsten. Wir ziehen wieder die Lugia V-Karte in diesem Artwork. Viermal haben wir jetzt schon die Karte. Aber wie immer eine ultrageile Karte hier. Immerhin ein Lugia. Oh, was eine schöne Karte. Siegfried in Rainbow. Die sieht ja mal mega aus. Ich glaube, wir haben Siegfried so gezogen. Aber in Rainbow ist ja mal sehr krass. Wow. Krass. Die gefällt mir richtig gut. Das war die Ausbeute aus dem dritten Display. Zeige ich euch mal hier kurz schnell. Wir haben zwei V-Star Karten gezogen immerhin. Und dann haben wir hier die zwei coolen Hits. Einmal mit Lugia und einmal mit Siegfried auf jeden Fall. So, jetzt habe ich die letzten zwei Displays aufgemacht. Ich habe jetzt auch schon alle Booster rausgenommen. Und ich werde ein Display zulassen heute. Deswegen haben wir jetzt hier nur noch zwei Displays. Ganz viele Booster. Deswegen kann ich euch von den zwei Displays gleich die Ausbeute zeigen. Also nicht nur von einem, sondern von beiden gleich. Oh, ich gucke gerade so. Auf einmal Serena Trina. Da ist die gute Serena. Das ist auf jeden Fall ein guter Hit. Super. Serena, Kuss auf die Nuss. Der nächste Lugia V-Star ist gezogen. Das ist wohl das Lieblings-Lugia in dem Set. Oh. Oh. Okay. Das erste Mal Kramor V gezogen, Leute. Bis jetzt kein einziges Mal gezogen. Und wir haben schon, glaube ich, 500 Packs oder so oft gemacht. Der sieht sehr cool aus mit dem Artwork hier. Coole Karte. Hätte ich nicht gedacht. Und noch ein Scantank V dahinter. Wild. Trainerin Frida. Guten Morgen, Frida. Die haben wir jetzt auch, glaube ich, dreifach. Cool. Peace out. Professor Burnett. Hallo, hallo. Da ist sie, die Professor Burnett. Leute, wir haben hier die Arbeiterin in Rainbow gezogen. Mann, 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 ist die schön. Ich liebe diese Rainbow-Karten. Die sind Maschallah. Also, Leute, ich habe jetzt alle aufgemacht. Ich habe jetzt gesagt, ich lasse ein Display zu. Als Erinnerung, dass ich kein Lugia gezogen habe aus 3000 Euro fast. Aber so ist das Leben. Wir haben einmal meine persönlichen Hits oder Favoriten. Ein Requester V-Max. Ein Requester V-Max in Gold. Ein Regeleki-V-Max. Reshiram V. Lugia V. Regeleki V. Scantek V. Ho-O V. Inconito V. Kramo V. Logok V. Hammerkarte. Serpi Royal Vista. Wulpix. Flunkiefer. Regitrago. Lugia Vista. Lugia Vista. Und das sind hier jeweils die Trainer, die wir gezogen haben. Ich weiß nicht, ob ich mir noch ein Display davon kaufe. Ich bin schon enttäuscht, weil ich so viel aufgemacht habe von den Displays. Ich habe insgesamt zwei Cases aufgemacht. Plus noch sieben Displays. Und noch ein paar andere Sachen. Die Blister. Leider, leider, leider. Immerhin haben wir jetzt richtig viele Lugias. Aber Leute, so ist es halt. Manchmal hat man Pech. Manchmal hat man Glück. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Haut da rein. Bis dann und ciao, ciao. Okay Leute, ich habe mich doch umentschieden. Meine Haare sind noch immer nicht geschnitten. Ich gehe bald zum Friseur. Ich mache doch das letzte Display auf. Und zeige euch da die besten Puls. Vielleicht haben wir doch Glück. Vielleicht muss ich das ganze Case aufmachen. Und ein Duraludern wie Max in Gold. Den kennen wir doch, Leute. Den kennen wir doch, den Duraludern. Den haben wir schon des Öfteren gehabt. Gerade eben noch Regitrago Vista gezogen. Oh, yo, 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 Lugia. Bitte, Lugia Altart. Oh, dahinter befindet sich was. Dahinter befindet sich was. Oh, ist es ja Piroial. Es ist Mageana V. Ich habe gerade die Hoffnung, Leute. Mann, 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 Mann. Cera Ora V ist auch wieder am Start. Da ist sie. Auch eine wunderschöne Karte. Wir haben ein Mitodos. Eine Faust da. Und es ist eine V-Karte. Lugia schon wieder. Wieder die Lugia-Karte gezogen. Mann, 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 Mann. Nicht die Lugia, die wir wollen. Und ein Reshiram V haben wir hier. Oh, Großmaulmoor. Okay, ist okay, ist okay. Ich mag die Karte, weil die gold ist. Da ist sie, Leute. Großmaulmoor. Wow. Also das Display hat es jetzt echt gegünnt von den Puls her. Wenn jetzt noch ein Lugia kommt, krassestes Display, was wir jemals gezogen haben. Wenn jetzt noch irgendwas kommt, Alter. Junge, Junge, ich werde durchdrehen. Auch ein Rainbow-Lugia oder so. Oder Gold-Lugia. Boah, ich würde durchdrehen. Ich würde wirklich durchdrehen. Aktos hier am Schlüssel. Oh, dahinter ist was. Gardevoir. Eine V-Star-Karte. Und wir kriegen Flunkkiefer V-Star in Rainbow. Gutes Display. Also bei dem sage ich nichts, weil wir haben sehr, sehr viele Puls hier gehabt. Leider wieder nicht die, die wir wollen, Mann. Das ist so gemein. Das ist das vorletzte Pack. Und jetzt kommen wir zum letzten Pack. Dann war es das mit dem Case. Ich zeige euch noch dann kurz die Ausbeute. Letztes Pack, Leute. Wir haben hier einmal ein Weberack Drassler Gilbunkel Monocito. Pigraulon Wuffels. Und ein Inconieto Vista. Bro, ich zeige euch jetzt mal das Pack, weil das hat anders gegönnt. Also das war jetzt das letzte Display, was wir hier bekommen haben. Aber ich fand es jetzt echt nicht so schlecht. Muss ich ehrlich sagen. Und zwar hat das Pack echt gut gegönnt. Beziehungsweise das Display. Wir haben viele coole Karten hier gezogen gehabt. Ossaluna V, Duralaudon V, Max, Regi Dragon Vista, Mageana V, Ceraora V, Serpi Royal V, Lugia V, Reshiram V. Die Mageana V, Großmaulmoor, Flunkhever Vista und Inconieto Vista. Leute, das waren auf jeden Fall alle Packs, die wir geöffnet haben. War trotzdem nice. Letzter Display hat nochmal rausgehauen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein. Bis dann und ciao, ciao.